Sie sprechen Deutsch? Ich bin nur bei Salzerin. Sie erhalten eine Augenthaltsgestattung zur Durchführung Ihres Asylverfahrens und dürfen in die Bundesrepublik Deutschland einreisen. Es ist hier nicht für immer. Ein oder zwei Jahre vielleicht. One or two years, maybe. Willst du arbeiten, kommst du mit? Es ist schwer zu kriegen, Arbeit ohne Papier, verstehst du? Und Papiere? Sie brauchen einen Pass. Haben Sie die Anzahlung dabei? Wo kommst du denn eigentlich her? Teheran. Sie können ja vielleicht mal irgendwo ein Bier trinken gehen. Sie müssen in die iranische Auslandsvertretung Ihren Pass verlängern lassen. Sie müssen nicht durcheinander. Wegen uns. Dir. Ich komme gerade. Das ist die Anzahlung dabei. Sie müssen in die worldsaled. Noch etwases Wứngig an das. zulちゃん Flis in dem spurt. Wie Lon� Tretes. Das ist die Anzahlung dabei. Und die Anzahlung dabei. Untertitelung des ZDF, 2020